Musik Mit Gojko 15 Jahre auf der Kalmei-Bühne in Bad Segeberg gestanden zu haben, empfinde ich persönlich als ganz großes Geschenk. Ich habe dadurch einen Menschen kennengelernt, den ich zutiefst schätze, dessen Arbeit ich verehre und der für alle Zeit wirklich einen großen Platz in meinem Herzen einnehmen wird. Irgendwie ist Gojko mir immer gegenwärtig. Ich habe dort jemanden kennengelernt, der voller Empathie ein großes Herz besitzt für andere Menschen, mitfühlend ist. Und obwohl er ein großer Star war und auch ist, hat er sich immer durch eine unglaubliche Bescheidenheit ausgezeichnet. Er hat sich nie, nicht ein einziges Mal in diesen 15 Jahren habe ich das erlebt, nie in den Vordergrund gestellt. Er hat sich immer als Teil eines Ensembles begriffen und für ihn waren alle Menschen, die an der Bühne gearbeitet haben, gleichwertig und gleich viel wert. Und dementsprechend hat er alle behandelt. Mit der gleichen Höflichkeit, mit dem gleichen Respekt, vom Kartenabreißer vor der Tür bis die Leute aus den Gewerken oder im Büro oder eben seine Kollegen, die mit ihm auf der Bühne gestanden haben. Und er war stets für alle da, hat alle umsorgt, hat immer geschaut, ob es allen gut geht. Auch den Statisten hatte er immer ein Auge darauf. Und hat auch immer allen Leuten mit guten Ratschlägen zur Seite gestanden. Aufgrund seiner großen Erfahrung, die er hatte. Im Umgang mit Pferden, mit Stuntgeschichten, mit dem, was er eben schon alles erlebt hat. In seinen unzähligen Verfilmungen für die Defa, die er gemacht hat. Ganz großartige Filme. Das war so der eine Teil, den ich mit Golko erlebt habe. Und der andere ist die Rolle, die er ausgefüllt hat. Und das ist, finde ich, für mich eben auch etwas ganz bemerkenswertes. Da Golko nie den Winnetou gespielt hat, sondern er war es. Er ist immer Winnetou gewesen. Und das liegt auch daran, dass er ein ganz großes Interesse an den indianischen Völkern gehabt hat oder hat. Ich weiß, das hat er immer noch. Und eben aufgrund dessen sich auch sehr für die wahren Hintergründe der Indianer, deren Kultur, deren Philosophie, deren Gebräuche interessiert hat. Er ist oftmals in die USA geflogen, hat dort indianische Freunde besucht, hat mir oft davon erzählt, auch hat an Schwitzbädern teilgenommen, hat spirituelle Erfahrungen gemacht und hat das eben auch gelebt. Und hat das versucht, in seine Rolle einfließen zu lassen und auch in der textlichen Gestaltung das eine oder andere dahingehend verändert. Weil er sagte, das ist ihm dann wichtig oder auch die Botschaft, die dort versendet wird. Und wir haben ja früher auch immer diese indianischen Leseabende gemacht. Und das war Gokko dann eben auch ein großes Anliegen, was die Texte betraf und die Historie und eben die Brücke zu schlagen zwischen dem, was auf der einen Seite Literatur Kaimai ist, aber eben dann auch auf der anderen Seite das, was indianische Realität ist. Eben mit dem ganzen Grauenvollen, was dem Volk widerfahren ist und bis heute auch widerfährt, weil das hat ja nicht aufgehört, sondern die Gegebenheiten haben sich ein bisschen geändert. Jetzt geht es nicht nur um Landbesitz, um die Vernichtung der Kulturen und die Christianisierung des Kontinents, was ja früher im Vordergrund stand, sondern jetzt sind es eben Ländereien, die man braucht für Fracking oder solche Geschichten oder Erzgeschichten, wo man den Ureinwohnern heute immer noch das Land raubt und sie betrügt. Das hat ja nie aufgehört. Ich habe selbst auch mal eine Reservation besucht, also mehrfach. Mein Bruder lebt in Idaho auf dem Land der Nespers und hat Land gepachtet für eine kleine Farm von den Nespers-Indianern. Und das Bemerkenswerte ist, dass wenn man in den USA, die ja wirklich im vielen im Überfluss leben, aus diesen reichen kleinen Städten oder großen Städten dann in eine Reservation fährt, dass man plötzlich merkt, man ist in der dritten Welt. Man betritt dort an den indianischen Supermarkt und findet nur noch das vor, was in den reichen Supermärkten aussortiert und weggeworfen wird und so. Und das ist dann noch gerade gut genug für die Indianer. Dann habe ich natürlich sehr viel Zeit verbracht mit Gorko. Während der Proben, an denen man zusammengesessen hat, geredet hat, diskutiert hat, kein Blaibla, sondern viel über Philosophie, über Politik, über anspruchsvolle Themen. Gorko ist immer jemand, der ganz viel teilnimmt an dem, was in der Welt passiert, an politischen Hintergründen, viel hinterfragt, viel liest, sehr gebildet ist, sich immer gern eine eigene Meinung bildet. Ich habe auch das Glück gehabt, mit ihm in einem Sommer gemeinsam zu wohnen. Das heißt, wir haben uns gemeinsam ein Haus gemietet und haben ein Haus geteilt und haben dort viele Abende gemeinsam in der Küche gesessen und gekocht und tolle Gespräche geführt. Was mich sehr berührt hat, und zwar Gorko ist so jemand, der nach außen hin sehr wenig Gefühle zeigt. Er ist immer sehr bei sich und sehr reserviert und sehr beherrscht in allen Dingen, die er macht. Und das war auch so, dass mich das erstaunt hat, wie man das kann. Das war seine letzte Vorstellung in Segeberg. Und er hat sich nichts anmerken lassen. Und ich weiß, ich weiß, wie schwer es ihm gefallen ist. Und es hat ihn innerlich zerrissen. Und er wird auch innerlich sehr geweint haben. Aber er hat sich nichts anmerken lassen. Man hat es ihm nicht angesehen. Und er hat seine Abschiedsmoderation vor all dem Publikum, die so angefasst waren und die meisten hatten Tränen in den Augen, hat er auf seine liebenswerte Art moderiert sozusagen und eine Ansprache gehalten. Und man hat es ihm, man hat es halt nicht gesehen. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich wäre wahrscheinlich zusammengebrochen. Und da habe ich dann mal etwas erlebt. Und da sind wir Anfang 2000 irgendwann für eine Veranstaltung gemeinsam, Winnetou und Ulsch-Shatterhand, auf dem Pferde sitzend, durchs Brandenburger Tor geritten. Und das ist ein Moment gewesen, der hat ihn so tief berührt, dass ich neben ihm herritten und gesehen habe, Golko Mittitsch liefen die Wangen, die Tränen über die Wangen. Und ich weiß, er hat mir das auch erzählt hinterher, dass er früher oft, er hat mal unter den Linden gewohnt, in der Nähe des Brandenburger Tores und hat oft aus dem Fenster gesehen und hat immer davon geträumt, eines Tages mal durch dieses Tor gehen zu können. Und mit seinen kühnsten Träumen vielleicht auch als Indianer einmal durch dieses Tor zu reiten. Und das ist dann halt irgendwann wahr geworden. Und da hat er dann die Fassung verloren. Das war ein sehr ergreifender Moment für mich. Den werde ich nie vergessen. Ja, und was auch noch ganz schlimm gewesen ist für mich als Erinnerung, weil das so intensiv war, gefühlsmäßig, das war eben auch der Abschied von Golko. Damals habe ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Rolle ich spiele. Ich war ein böser Indianer, der ihn erschoss auf der Bühne. Und irgendwann kam dann die letzte Vorstellung, das letzte Mal Golko töten zu wissen, zu erschießen. Er ist dann danach nie wieder an dieser Bühne, was ja Gott sei Dank so war, kam er noch wieder zurück. Aber dass diese Serie, dass das dann halt vorbei sein wird, und ich habe schon auf der Hinterbühne auf meinem Pferd gesessen und auf das Kommando zum Abritt gewartet und merkte da schon, ich bin völlig aufgelöst. Ich musste da schon mit den Tränen kämpfen und ich bin dann hochgeritten auf den Bunker und habe meine Waffe gezogen und hätte letzte Worte sprechen sollen und habe es nicht mehr rausbekommen. Ich musste nur noch weinen und habe dann gesagt, tut mir leid, wenn du tun. Ich habe mich umgedreht mit meinem Pferd und bin wieder abgeritten. Und danach war ich völlig platt. Das werde ich nie vergessen. Ja, das sind so die Anekdoten, die ich zu berichten weiß. Und ja, ein bisschen was über Golko habe ich, glaube ich, auch erzählt. Hoffe ich doch. Also ein ganz, ganz wunderbarer Mensch und ich hoffe, er bleibt uns noch ganz, ganz lange erhalten. Aber so wie ich Golko's Fitness kenne und Golko's Lebensmut und Lebensfreude ist er jetzt gerade in der Mitte seines Lebens angelangt.